Frenzy von 1972, Alfred Hitchcock, sein vorletzter Film, John Finch und Barry Foster. Eigentlich sollte Michael Caine die Rolle von Barry Foster spielen, aber er hatte keinen Bock. Da hat Alfred Hitchcock nie wieder mit ihm gesprochen. Ja, die Eröffnungsszene ist so eine Flugsequenz auf London, auf die Tower Bridge zu. Da fällt einem auf, da war die Steadicam noch nicht erfunden. Acht Jahre später in Shining, der Establishing Shot mit dem Flug, ist schon was anderes. Also das finde ich schon extrem verwackelt, auch schief teilweise. Aber dieser ganze 70er-Jahre-Flair in London, es wurde auch in London gedreht. Ich glaube, der erste Film Hitchcock wieder außerhalb von USA, der nur in England gedreht wurde. Das ist schon einzigartig. Dafür ist er sehenswert auf jeden Fall. Die Story ist auch gut, aber er ist ungewöhnlich brutal. Also Nacktheit und Gewalt, ungewöhnlich für Hitchcock, wie deutlich man das in dem Fall sieht. Und was mir nicht so gefallen hat, da gab es oft Einstellungen von Leichen. Und da wurde dann immer ein Freeze-Frame genommen, damit die sich quasi nicht bewegen. Aber man sieht halt deutlich, dass es ein Freeze-Frame ist. Und das, finde ich, zerstört ein bisschen den Realismus. Dieser Killer hat mich sehr an Dennis Hopp beim Blue Velvet erinnert. In der Szene mit der Ex-Frau von dem Protagonisten zum Beispiel. Die war auch extrem seltsam, wie diese Szene realisiert war. Also, auf jeden Fall, das würde man nicht mehr so drehen. Man checkt überhaupt gar nicht, ach, soll jetzt das und das passiert sein? Oh ja, aha. Also, ich will nicht zu viel verraten, aber kann ich auch nicht auf YouTube, glaube ich. Die Britishness. Alle sind ja Engländer. Die ist aber sehr komisch. Man merkt irgendwie, dass ein Amerikaner der Regisseur war, der Engländer dirigiert hat. Und wie die Dialoge auch sind, komisch irgendwie. Also, wenn die zum Beispiel im Privathaushalt Eheleute miteinander reden, das ist seltsam. Ein der Filme ist auch bekannt für einen bestimmten Tracking-Shot. Nach dem zweiten Mord fährt die Kamera rückwärts durch den Hausgang, ins Erdgeschoss und dann bis auf die Straße. Die erste Hälfte ist im Studio und dann geht ein Mann mit einem Kartoffelsack vorbei, als die Kamera quasi aus der Haustür rausgeht und dann ist es die Location-Aufnahme. Das nimmt man schon wahr, weil das Licht sich irgendwie verdunkelt in diesem Hausgang. Der Hausgang ist auch nicht exakt im Studio nachgebaut worden, finde ich. Ein bisschen schlecht gealtert oder ein bisschen lächerlich sogar sind die Grimassen, die die Opfer immer schneiden, wenn die erwürgt worden sind. Dass die dann die Zunge so rausstrecken und so, aber sich sonst nicht bewegen. Das ist ein bisschen seltsam, finde ich. Dieser Plot-Aspekt von die Frau von dem Polizisten, die kocht immer so mega seltsame Sachen. Das war anscheinend eine Anspielung auf Cary Grants dritte Ehefrau, die auch immer so seltsame Sachen gekocht hat. Ja, habe ich ja von Internet Movie Database. Zum Beispiel Wachteln mit Weintrauben oder sowas. Ist kein schlechter Hitchcock-Film, aber auf jeden Fall auch nicht der beste. Aber besser als die zwei davor, Topaz und Thorne Curtain. Aber man muss auf jeden Fall Hitchcock machen. Es ist eine interessante Variation auf Psycho. Man muss auf jeden Fall oft am Psycho denken bei dem Film. Na gut, das war's für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.